Als nächstes sehen Sie einige Kommentare einer Botschafterin Kenias der Vereinten Nationen zu Shen Yun Performing Arts im Lincoln Center in New York City. Die kenianische Botschafterin der Vereinten Nationen war im Publikum bei der Schlussvorstellung von Shen Yun im Lincoln Center in New York City. Der klassische chinesische Tanz zusammen mit ethnischem Tanz und Volkstanz beeindruckten Sie. Sie erzählt, welche Emotionen Zuschauer während der Show ausdrückten. Shen Yun hat drei Ensembles, die gleichzeitig durch Nordamerika touren. Ende Februar wird Shen Yun auch nach Asien, Europa und Australasien reisen. Wir wünschen den besten Shen Yun-Artisten. Wir freuen uns, dass sie wieder im Frühjahr sehen werden. Und ich hoffe, dass sie jeden Tag in meinem Land, Kenia, in Afrika kommen. NTD News, New York Shen Yun kommt im März auch nach Europa und ist in Deutschland, in Frankfurt und Berlin zu sehen.